Bevor Sie mit der Spielprüfung der Zahnstangenlenkung beginnen, schließen Sie aus, dass die Spurstangen Außengelenke, die Spurstangeninnengelenke und das Mantelrohr Spiel aufweisen. Erst dann können Sie das Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange überprüfen. Die Spielprüfung der Zahnstangenlenkung ist ausschließlich im Stand und bei laufendem Motor durchzuführen. Als Ausgangsposition müssen sich die Vorderräder und demzufolge auch das Lenkrad in gerade Ausstellung befinden. Drehen Sie das Lenkrad langsam und beobachten Sie die Felgenbewegung. Haben Sie das Lenkrad etwa 12 mm nach links oder nach rechts gedreht, müssten die Felgen an dieser Stelle der Lenkbewegung folgen. Spüren Sie eine stetig ansteigende Kraft am Lenkrad? So muss es sein. Bewegen sich die Felgen nicht, können Sie von einem erhöhten Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange ausgehen. Hier noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Beim schnellen Umlenken des Lenkrads im Stand, insbesondere ohne Servounterstützung, kann ein lautes Klackgeräusch auftreten. Dieses Geräusch ist jedoch konstruktiv begründet und demnach kein Hinweis auf ein eventuell vorhandenes Spiel. Um das Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange zu prüfen, müssen Sie als nächstes die Zahnstangenlenkung ausbauen. Bei der Zahnstangenlenkung ist nur ein Einstellvorgang erlaubt. Sollten mehrere Körnerschläge an der Stellschraube ersichtlich sein, müssen Sie davon ausgehen, dass schon ein Einstellvorgang vorgenommen wurde. In diesem Fall müssen Sie die Zahnstangenlenkung erneuern. Wie Sie das Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange einstellen können, zeigen wir Ihnen an einem Modell. Montieren Sie zunächst die ausgebaute Zahnstangenlenkung auf einen speziell dafür angefertigten Halter, den Sie unter der eingeblendeten Nummer bestellen können. Als nächstes müssen Sie die beiden Anschlagplatten links und rechts in die Zahnstange hineindrehen. Mit Hilfe eines Steckschlüssels können Sie jetzt die Zahnstange einfetten. Zur Einfettung ist das Spezialschmierfett Renolit JP1619 vorgeschrieben. Damit die ganze Zahnstange eingefettet wird, macht es hier Sinn, die Stange mit dem Steckschlüssel mehrmals durchzudrehen. Ist die Zahnstange eingefettet, muss sie in Mittelstellung gebracht werden. Die exakte Mittelstellung der Zahnstange ist besonders wichtig, um eine Verfälschung des Messergebnisses zu vermeiden. Nachdem Sie auf beiden Seiten der Zahnstange die Anschlagplatten abmontiert haben, sollten Sie mit einem tiefen Messschieber die exakte Mittelstellung ermitteln. Bringen Sie also auf beiden Seiten der Zahnstange die Abstände vom Zahnstangenende zum Anschlagring im Lenkgehäuse auf gleiches Maß. Bevor Sie mit der Messung des Spiels beginnen, vergessen Sie nicht, den Gummistopfen vorsichtig aus der Stellschraube herauszuziehen. Nehmen Sie jetzt Halter und Messuhr zur Hand, um das vorhandene Spiel zwischen Zahnstange und Druckstück zu überprüfen. Montieren Sie Halter und Messuhr am Lenkungsgehäuse über der Stellschraube. Überprüfen Sie jetzt mit Hilfe der Messuhr das Spiel zwischen Zahnstange und Druckstück. Die Messuhr muss mit einer gewissen Vorspannung eingesetzt werden. Bevor Sie mit der Messung beginnen, muss die Uhr auf Null kalibriert werden. Um das Spiel zu prüfen, müssen Sie zunächst die Zahnstange durchdrehen. Hierbei darf das angegebene Prüfmoment der Zahnstange, in unserem Fall 12 Nm, nicht überschritten werden, da es sonst zum Überdrücken der inneren Druckstückfeder kommen kann. Das würde das zu messende Spiel verfälschen. Wir haben hier einen Wert von, mal kurz überlegen, ja genau, 0,38 mm und 0,38 mm sind 38 Hundertstel. Dieser Wert lässt auf einer Hütte Spiel schließen, da der Sollwert bei 0,04 bis 0,08 mm liegt, also bei 4 bis 0,08 mm. Das Spiel ist bei uns also zu groß und muss dementsprechend neu eingestellt werden. An dieser Stelle gilt folgendes zu beachten. Erreichen Sie einen Messwert, der größer ist als 0,6 mm, muss die Zahnstangenlenkung erneuert werden. Da bei uns der Istwert unter 0,6 mm liegt, kann das erhöhte Spiel zwischen Zahnstangenlenkung und Druckstück durch eine Einstellung behoben werden. Um den neuen Wert zu prüfen, müssen Sie die Messuhr erneut am Lenkungsgehäuse über der Stellschraube montieren. Wir haben jetzt einen Istwert von 0,19 mm, sprich von 19 Hundertstel. Erneut erfüllen wir damit nicht den Sollwert von 0,04 bis 0,08 mm. Für die Einstellung sollten Sie die Stellschraube auf Block drehen und dann durch eine Achtelumdrehung wieder lösen. Ist dann das Spiel noch zu klein, muss die Stellschraube weiter gelöst werden. Ist das Spiel jedoch zu groß, muss die Einstellung komplett wiederholt werden. Die Überprüfung mit der Messuhr muss so lange wiederholt werden, bis Sie den gewünschten Sollwert erreicht haben. Unsere erneute Messung zeigt, mit 0,05 mm liegen wir im Toleranzbereich. Das Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange ist nun also richtig eingestellt. Jetzt können wir die Messuhr abmontieren. Denken Sie als letztes daran, die Stellschraube mit drei Körnerschlägen zu sichern. Damit können Sie davon ausgehen, dass bei der nächsten Reparatur bemerkt wird, dass bereits ein Einstellvorgang vorgenommen wurde und dass bei erneutem Auftreten von Spiel die Zahnstangenlenkung erneuert werden muss. Achten Sie beim Wiedereinbau der Zahnstangenlenkung darauf, den Gummistopfen vorsichtig in die Stellschraube hineinzudrücken. Ist die Zahnstangenlenkung wieder eingebaut, sollten Sie das Fahrzeug erneut auf Spiel zwischen Druckstück und Zahnstange überprüfen. Und am Schluss dürfen Sie natürlich die Probefahrt nicht vergessen.